Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem gemeinsten Cumming Stunts Rennen ever mit den TT Leuten Dallucat, Freezy, Söchsen-Betsplayer, Shino, Fraps, Pumran, Manus, Maxi, Nils, Liquid und ITEMS. Hallo! Hallo! Schmale Kurve direkt am Anfang, was könnte schief gehen? Nice! Nee, die ist doch eigentlich gut. Ich fahr außen. Wir werden viel gedrängelt. Nicht, nicht wissen das, der Weiße da. Freezy, alles klar. Wenn jetzt Nils rausfliegt wegen dir, ne? Extra gebremst, ne? Freezy, ich trag dich raus, ne? Hier, komm, dreh dich dich. What? What? Was? Was? Wasserfall, achso. Warum ist der Motor kaputt gegangen? Ich bin durchgekommen. Ich war durch das Wasser und wurden Tropfen zurückgesetzt. Fahnen wir hier hoch? Das war voll der Absatz. Wir fahren den Fluss. Also hier, hier waren. Da gucken überall kleine Steine aus der Strecke. Das kann man mir aber auch effektiver sagen. Hier wurde beschissen schon. Oh Gott! Was? Ich war durch. Ich stand auf der Straße und war nicht mehr fahren. Du weißt doch nicht, dass da so ein Stopp ist. Wie ist der das jetzt mit Griff passiert? Da war ein Stopp. Ja, da war der Stopp. Und da ist auch ein Stopp. Wie konnte das sein? Ich muss jetzt erstmal Items da draushauen. Ich hab's extra abgebremst, dass der von mir springt. Aber dann kam der Stopp und er wurde so krass untergebremst, dass es halt nicht so läuft. Oh! Anne! Anne hat Items gesagt. Oh! Ich bin hier ganz vorsichtig. Ja, ja. Warum brennt sie alles? Willkommen in der Tiefe in der Hölle. Der Wald brennt. Warum willst du suchen Opfer, Mann? Oh nein! Oh! Wer war gemeint? Freezy? Ja, was haben wir mir gedacht? Okay, das war's. Das war's. Das war's. Alles brennt, liebe Bilder. Oh! Oh! Danke. Danke. Oh, schon wieder so ein... Ist nochmal ein Block. Nee, die sind... Oh, doch. Oh, shit. Ja, die sind direkt dahinter. Wee! Oh, ey, das... Die vorne sind so weit weg. Ja, aber hier kann viel passieren. Ja, aber hier kann echt viel passieren, ja. Da wird ausgebremst! Auf dem Schotterweg. Ganz schön trächt, diese schiere Krab. Ich hab nix gemacht. Oh nein! Bleib mal lieber bei Minecraft. Oh, shit. Komm, Sachse, wir haben den Offroader. Ja, genau. Das ist ein Richard Frodo. Ja, ja, ja. Du musstest wegen Maxi da auch irgendwie... Ja, ja. Ich wollt Maxi nicht hinten rein. Oh, was müssen wir denn hier machen? Alter. Neue Streckenelemente. Oh! Oh, shit. Das hab ich verbeilt. Nein, 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 nein. Achse, jetzt kommt irgendwas komisches. Voll die Halfpipe, Alter. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Ich hab dich nur vorbeigelassen. Weißt du? Krabs ist voll der korrekte Fahrer. Wie geplant? Der überholt einfach nicht und rammt nicht. Jeder andere hätten schon... Der überholt einfach nicht. Das ist aber auch falsch in dem Autorenn, ne? Äh... Nein! Aber vielleicht will er ja überholen. Das geht doch nicht. Okay, hier ist eine Ecke Fail. Hi, Items. Nein! Oh, aber Items. Alter, was ist denn das für dich? Nein! Nein! Oh, nein! Und jetzt? Nein! Was ist denn das für dich? Loll, bist du von der Seite gefahren da? Ja, ich dachte, da geht's dann normal weiter. Also ich wollte den Stopper umgehen. Bist du schon da? Kommst du hoch? Ja, okay, wir rammeln uns. Ja. Oh, was warst du da? Du hast runtergefahren. Oh! So ging's wieder runter. Oh! Hier endet die erste Runde. Oh, dadurch, dass sie so viele Fehler greifen. Drei Runden. Die Strecke ist wirklich geil gemacht. Bist du gut? Bäh! Ich dachte, du bist ein korrekt erfahrener. Jetzt sind wir... Hier! Fahr doch! Geradeaus! Nur geradeaus! Ich hab's doch auch nicht geschafft. Nein, ich geh nicht bis jetzt. Du hast's geschafft! Nein! Ich fahr nur andersrum. Und fahr dann unten weiter. Das geht nämlich auch. Ich hab den Loopy. Wie sehen die auf dem Zwölften? Oh, rate, wer hinter dir ist denn da? Ja, passiert. Oh, ich danke jetzt, Anne. Ich bin echt weit hinten. Ich mach Platz. Ich versuch zumindest. Sie greifen hier an. Das wird spannend, Leute. Sie müssen da nebeneinander, ja. Wird ne gute Runde. Ich muss einfach Gas geben, damit die gar keine Chance hat, mich zu haben. Oh, ohne das Wasser zu berühren. Gentleman's Agreement? Nein. Das Pussy Agreement wird da vorne gemacht. Kaum sind die richtigen Fahrer nicht vorne, gibt's ein Pussy Agreement, ey. Wasser ist echt umgelaufen, ja. Oh Leute. Ich wär fast gegen das Schild da oben gesprungen. Ey, wie weit kannst du schon wieder wechseln, ey. Ja, ich seh's grad auf Arcade. Der ist raus. Der ist raus. Den brauchen wir nicht mehr. Tschüss. Ja. Weil die da vorne, ey, die Pflanzen, ey. Du spielst wieder an den Eiern spielen. Weiß ich nicht. Was macht ihr davon? Dann ranken euch doch mal. Riecht gut aus von denen zusammen. Die tun sich an den Eiern spielen. Man merkt direkt den Unterschied. Sagt die nicht. Wer zieht da immer alles so rüber? Ich mach überhaupt gar nichts. Ja genau. Fang nicht. Oh, die waren vor 20 Sekunden an dem Feldweg schon. Das ist so viel Zeit. Voll nicht mehr dran gedacht. Ja. Ich hab's in die andere Richtung. Weil die schrafen mit den anderen alle gar keine Fehler machen. Wundern haben wir verloren. Der hat einen Fehler. Wer ist das da? Das steht, Alter. Ja. Weißt du was passiert? In den Booster reingespickt. Und einfach stehen geblieben. Ja, fahr schneller. Los, fahr schneller. Ja, ich geb mir schon alle Mühe auf. Oh ja, das sieht gut aus. Manus, wenn wir hier zusammen noch los fahren, dann zeig ich dir gleich einen Trick, wie wir auf jeden Fall 5 Sekunden pro Runde aufholen. Mach. Ich sag dir Bescheid wann und dann musst du langsamer fahren. Oh Gott. Das dauert aber noch ein bisschen. Ja, guck mal, weißt du. Vielleicht bin ich auf der Runde, dann kann ich es dir zeigen. Das hab ich an der Stelle ja erst rausgefunden. Ja, genau da. Da kannst du unten lang fahren einfach. Worth it. Wir kämpfen um den letzten Platz. Nein. Wir kämpfen um den letzten Platz, ey. Weiß nicht, das war witzig. So. Das war witzig. Und du umgeschnitzt. So ein schönes Rennen gefahren und so verkrackt, ey. Nein, da muss ich sein. Nein, da muss ich sein. Das sah nicht gut aus. Dann sah nicht gut aus. Dann sah nicht gut aus. Dann sind alle alle. Dann sind alle alle. Dann sind alle. Dann sind nicht alle. Dann sind nicht alle. Was ist mit mir schon wieder? Ich hab jetzt gemacht. Alle die alte Eiche. Alle Sisi. Alle Sisi. Oh oh. Alles gut. Jetzt kommt es glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn hier kein... Ne, noch nicht. Zwei Kurven noch. Nein, ich springe vorbei. Okay, jetzt, jetzt. Du kannst unten durch fahren. Wenn du die Möglichkeit... Ah, da ist ein Boost. Kacke. Du darfst dich bitte überholen. Dann vergiss es. Da ist ein Boost. Ah, ich weiß was du meinst. Bin ich halt gerade, weil ich schon Krabs nen Unfall hatten. Bin ich halt perfekt einfach herangefahren. Nein, nein, nein. Allein mal normal überholen können. Oh, fuck. Oh, nice. Oh, die beiden ersten Platz haben grad irgendwie... Naja, wir sind dezent kollidiert. Also, Anne, das macht nur Schiffsteichen, dass du dann nicht fliehst. Ist da einer kommt? Der ist ein dritter. Kunran? Ey, defly. Mach dich fertig. Ja. Ich weiß mit dem Mond. Das stimmt nicht. Das finden wir aber auch noch raus. Das war da auch. Ja, das ist doch nicht so schwierig. Das war ne Kurve, ja. In der Kurve immer schön. Ohne das Wasser zu gehen. Was? Wo bist'n du? Wasserfall. Ich bin hinter euch. Hallo! Hä, aber ich hab... Wo sind denn dann die anderen hundert Leute, die noch vor uns sind? Nein, ich hab's in den Fing verkrackt. Weit weg. Da ist einer! Da fährt endlich mal wer, ey. Ah, das sind drei Runden. Oh mein Gott. Moment! Wir haben auf jeden Fall einen Meter gut gemacht, weil als wir gerade hier waren, waren die am Feldweg. Holy shit! Ey, warte mal! Also, Liquid und ich mussten gerade Basis setzen. Wir sind wieder dran, Manus! Fahr' mal jetzt! Okay, also, man darf da nicht über diesen, wenn du auf den Waldweg fährst, ey. Manus! Oh nein! Windschatten haben! Oh nein! Okay, drehen, drehen, drehen! Schieben, schieben, schieben! Wo bist du? Manus! Alter, wie lange der Windschatten jetzt vorgehalten wird, wir werden einfach geflogen diese ganze Zeit. Wie, als wenn ich nie was anders gemacht hätte. Ja, das ist doch für vier und drei! Alter! Wer ist denn auf Platz 10? Ich meine, das hat ja nichts mit zu tun. Nee, 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 nee. Aber bisher habt ihr ja nur die ganzen Fotos erneuern müssen. Doch, wer ist ja hinter mir. Du Mensch, auf dem Platz 10. Ja, aber jetzt zeigt sich dann so, wer hier Mercedes ist und wer eher so... Jetzt zeigt sich ja, wer einfach Glück hatte und am Anfang weg kam. Ja, das ist ja Quatsch. Mercedes haben auch immer Glück. Weißt du, wenn du Platz 11 willst, das ist zweimal die Eins, wenn du den splittest, bist du zweimal Erster gebunden. Wow! Wir sind hier beim Broker, ja? Daxel! Was passiert? Hm, so ein komischer Deine Böen. Deine Böen? Wenn ihr euch jetzt nochmal raushaut, dann würdet ihr es versauen. Beleg mir, wenn du aber nur Nils raushaust, wäre das noch ganz cool. Wär's denn nur Nils? Ach, hier ist Windschatten tödlich. Nur Nils? Brauche ich nichts. Wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Nils aus dem Moor. Ist halt auch nicht so das Auto-Auto, ne? Okay. Mann, wieso? Was ist denn hier immer los? Da hab ich super komisch den Drift angefangen, warum auch immer. Das ist aber auch immer der Drift, oder? Oh mein Gott. Das ist cool. Wie bitte? Oh, das wird ne miese Nummer. Ja, ja, ich hab minimal nach links gelenkt und total getriftet, direkt. Oh, diese Feldwege sind furchtbar. Oh, Items sind wieder in Sichtbar. Nein, 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 nein. Nein. Se Hrmack's Fly, weißt du was gleich im Looping passiert? Wo fliegst du raus? Das was auch mit Krabs passiert ist und der ist irgendwo ganz hinschlianka. Jaaaa. Ich kann gehört rechts ranfahren, wenn du willst, da liest. du kannst ganz rechts ran fahren, dann werd ich ja sehr warned monter spielen. Aber Maxi, du kannst doch einfach mal zwei Eier kaufen. Na, du bist ne Schlacke gelandet, ich hab abgebremst, ich hätte uns beide rausgeschickt. Hab dich gewarnt! Geweckt! Ja, du hast es aber, ich krieg keinen Windschatten. Oder? Weil ich wäre direkt hinten in die Seite gegangen, wenn beide uns da... Nur ein Rückspiel geguckt, hab ich vor dir beantwortet. Ich werde hier hinten links auf die Ecke und wir werden beide aus dem Gluten raus ins Wasser. Deswegen hab ich auch noch eins. So nah dran an Kunran! Nicht aus dem Gluten, was der... An Kunran! Wo war's denn, der Achter? Nee, siehender. Ah! Grauenhafte zweite Runde. Ein Fehler, ey, und schon ist alles aus. Hoi! Absolut grauenhafte zweite Runde. Ich hab noch 20 Sekunden, ich kann Anne überholen. Das ist rechts. Ja, Kunran, da der Boost in den Wald rein, da in der Brände in den Wald rein. Wenn du da Windschatten hast, dann fliegst du fast gegen das Schild da oben, dann fliegst du auch viel zu weit. Ja, das ist mir auch verantwortet. Anno jetzt gerade war da, hab ich's einfach nicht. Klopp! Wir wenigstens im Looping ausscheiden. Ach, Mann. Aber mal Punkte. Alles wegen Manus, ey. Hä? Holy shit. Ich hoffe, du schaust dir's an. Hm. Weißt du, da fährt man immer schön vorne mit. Ja, alles klar, Mann. Die, die hinterher fällt. Einfach volles Rohr. Einfach volles Rohr. Ja, du warst ja weit vorne. Ja, nee, nicht du. Das war vorher schon. Hier, guck mal, wenn ich so schnell bin, ja, 3,17er Rundenzeit, wie soll ich denn da die Leute nicht rammen? Ja. Oh mein Gott. Ich meinte auch nicht dich. Da lagen immer noch 30 Sekunden zwischen. Hab ja mal gehört, Anne hat keine Punkte. Ich bin 8. normal oder so rausgeflogen. Ja. Aber ist ja nichts falsch. Die zweite Runde war ich. Manus hat euch Eiko eingeholt durch sein erstes Rennen. Fast zu dritt da komplett waren. So, was kommen wir jetzt dazu? Ich bin im dritten Rennen das eingeschrieben, hab 5 mal mehr Punkte wie Anne? Wow. Nein, 5 mal 0 wäre ja auch mal, Mannus. 5 mal 0 ist 0. Naja. Achso, ja. 2. Ja. Sehr gut. Holy. Das ist auch nicht mit der Schnecke. Äh, warte, wir nehmen mal hier. Reaper will ich nennen. Reaper, sagt er. Reaper. Der sieht ja kacke aus. 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 Der ist ja kacke aus. Alter, das ist dieser Türstopper, Alter, wo Hodor drauf stand bei Ikea. Das Ding kannst du so in den Türrahmen stellen. Das ist das Gute daran. Aerodynamik. Ja, aber da darf wieder kein Huckel sein auf der Straße. Hast du wieder eine Vollbremsung. Direchten Frontflip macht der. Ja. Boah, steigst du. Ich bin vorletzer. Oh nein. Ich bin vorletzter. Oh nein. Kein schönes gelben werden. Der ist vorne links der Hässlinge da. Das ist Nils. Nein, der ist die Frage selbst beantwortet. Ah, du bist ja auch eigentlich im Bock. Ich wollte weil hier ... Tor! Ich flieg ins Tor! Ich flieg drüber! Was zur Hölle? Daxler hat auch ein Tor gemacht! Ja toll, jetzt habt ihr das gefahren! Und deswegen... Kommt mit dem Windschatten! Was denn? Nein, nicht schon wieder! Ich bin drüber geflogen über die ganze Geschichte! Alles ehrlich, das war doch jetzt einfach... Ja, aber guck mal wie absig das war, dass da hieß dann noch ein Tor! Ja! So gewinnt man real! Ja, Kunran fast nochmal gescored hier! Oh! Oh! Ey, ey, du hängst an meinem Hinterreifen! Ja, ja, ich weiß, das seh ich jetzt auch! Seh ich jetzt auch! Boah, das stimmt! Auf einmal wurde es nicht klar! Oh nein, das ist bestimmt... Ey, hier kommen sie auf einmal... Fließt erst nur Platz für... Entschuldigung! Strike! Fließt aber eindeutig nur Platz für... Nein, am Boost, ja! Unfassbar! So, jetzt bleibt man da schief! Unfassbar, was hier passiert! Was macht ihr für einen Blödsinn? Freezing macht Stress! Oh Gott, Anne! Was denn? Hä? Achso, da lang! Du bist so toll, wie denn da reingefahren mal wieder! Du bist so toll, wie denn da reingefahren mal wieder! Ja und, da musst du dich dran gewöhnen! Mein Freund! Da Luis, hinter Anne! Huh! Gottstag! Sind aber grad sehr viele anscheinend! Ja, ich auch! Du halt auch! Oh shit! Ja, du halt auch! Das Problem ist, ich kann dich nicht überholen! Hey! Mach mal Platz! Mach mal Platz, ja? Geisterfahrer! Komm mal du mal her, ja? Komm, komm mal du mal! Links! Oh! Oh! Nicht, nicht so schlecht kann! Nicht so schlecht kann! Oh! Oh! Die M&M's sind vorne! Nein, aber warum fall ich denn durch das Flach? M&M's, ey! Manus! Oh, komm, Dalu wieder, muss man hinten drehen! Ey, ich hab... Du hast du... Ups! Ja, ich drehe es! Hahahaha! Alze, ups! Das war's der Weg! War nicht schlecht! Flupp ist er rausgefallen! Warum tätsst du denn mein Auto einfach? Ich hab's gesehen! Oh, blöd aufgekommen! Der war nice! Wow, lass mal, wie das kommt! Ja, bist du ja! Hallo, Fisi! Wir sind überall Löcher in dem Rohr! Kann das mal jemand präparieren? Nein! Oh! Das ist doch wieder ein Trap hier! Ich hab immer Angst vor den neuen Strecken abschnippen, weil da immer irgendein Quatsch frei ist! Was ist das? Boah! Oh! Jetzt häng ich wieder hinten! Oh! Oh, der Bussch! Ey, 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 ey! HierbleIELEEN! Was ist denn in den Büschen? Ist irgendwas, was ich instant driftet. Du darfst nicht abkürzen! Sand! Oh, die Bäume! Hey, hey, hey! Nicht rampf! Uhhh! Hello, Contra! Noch weh! Oh nein! Oh! Hey! Alles klar, Niels Absicht. Das war Absicht. Ich stand am Rand. Ja, du standst in der Kurve. Ja, da gab es keinen Grund, mich zu rammen an der Stelle. Außer eine Vorbremsung zu machen. Das wäre alles gewesen, was geholfen wäre. Ich ruhe nach Geo-Craps. Wir können weiter durch in zwei Runden gewesen. Ich versuche hier langsam durch die Kurve zu fahren. Randy schubst die einfach in die Leitklasse. Oh! Das war einfach rein. Ja, ich habe den Checkpoint und bin wieder vorne. Er hat auch nur mich zurückgehauen, ey, ihr Penner. Nein, wir sind quälen und du hast mich gerammt, Junge. Du hast zurückgehauen, Alter. Gott, ich konnte, ich hatte keine Kontrolle mehr, nachdem du mich angestoßen hast. Das ist nicht wahr, ich habe dich nur berührt. Gott, willst du jetzt schon wieder? Ich habe dich nicht berührt, ich bin in meine TV reingeflogen. Wie kriegen wir jetzt den alten Opa da vorne nicht, wenn wir so eine Kacke machen? Natürlich, ich kann so viel drauf hören. Ich habe hier ja kein Tor gemacht. Ich bin hier übrigens bremser, Leute. Ich bin hier ja über die Latte geflogen. Ich muss hier resetten, dass dieser mit Blick wird, der auch hier ist. Ah, das mache ich auch schon wieder zu weit, ey. Ja, nach vorne, aha. Da ist schon wieder ein potenziell put machen, das Mensch hinter mir. Wo ist denn der Opa? Sehen wir den? Ja, wir sind bald. Wenn wir zusammenarbeiten. Wir beide Rente. Ja, nachdem du mich achtmal gerammt hast, bin ich mir nicht mehr sicher. Bringt euch an die Hand, macht die schöne Zwecke. Du kannst mir immer vertrauen, ne? Ich war's dran. Hab ich dich, Judo. Wenn die Rampen nicht breit genug für uns beiden ist, war ich beplatzt. Ja, das kann ich bestätigen. Ich glaube, die in der Mitte ist besser, oder? Da fliegt man nicht so rein. Ja, bist eine in der Mitte? Ja, guck mal, Manus fliegt ja klar, jetzt ist er schon. Das macht Manus, ey. Manus hat eine Kombo. Sehr gut. Und alle sind vorbei an ihm. Du bist vierter, Manus, nein. Du bist, ey, vierter. Du hast zwei oder drei Rund. Ich bin zwei. Oh, hier sind wir alle, Manus. Komm, wir beide machen die jetzt jetzt fertig. Ja, wir waren doch. Manus, ich hab dir nichts getan. Nicht auf der Kugel landen. Nein, nein, nein. Ja, Liquid macht mich schon fertig. So, da. Ich hab dich nur aus der Schusslinie genommen. Oh, da kommt ja noch der Kugel. Manus, wenn du mich nicht rammst, jemals, dann werde ich da. Oh, Liquid! Ja, die gehen die Alten wieder auf der Klasse, ey. Ich bin raus, das nimmt mich immer noch mit. Ich häng in dem Röbel fest. Das war so nicht mehr absichtlich. Oh nein! Nein! Warst du die ganze Zeit auf meinem Heck, oder was? Ja, ich konnte nichts mehr machen. Ja, ich konnte aber auch nicht lenken, weil du hinten auch mehr drauf gehangen hast. Was für ein Random-Kram, ey. Das war mega weird. Kein schönes Auto dafür, es wird sich schon leicht. Jetzt kommt, glaub ich, nichts mehr. Doch, jetzt kommt hier komische Röbel vorbei. Wer war das denn jetzt? Nein, ich nicht. Auto, warum denn? Du bist nicht so gut ausgekommen für sie, glaub ich. Da war zu gewandt im Wind. Alles klar. Alles klar, Junge. Sehr gut, McFly. Und zwei Leute überholt damit. Boah, ich war dritter. Du warst, ey. Na? Aber ganz ehrlich, es war echt keine Absicht. Ach, Mann, ey. Das Auto rutscht einfach. Wer fliegt denn da gegen die Allee? Ha, 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 ha. Du gehst jetzt einfach mal raus, ey. Ey, das Auto ist so scheiße, wenn du einmal auf das Dirt kommst. Nein, ich hab noch ein bisschen gebraucht. Oh, Mann, ey. Alter, ey. Was ist denn da für eine Klange? Huuu. Du greif mal einfach. Flupf, ne, Quade. Nur zwei runden? Ja. Nur zwei, ja. Also vorbei. Oh, nicht. Keine Elektronik. Die Röhre ist so kürzisch, Mann. Die Röhre ist eigentlich ganz geil, wenn du rechts an der Wand fährst. Oh, meine Fresse ist noch gar nicht. Das Auto dreht sich einfach ständig. Ja. Wir schauen, dass ihr da vorne nicht immer noch einen Kampf habt. Wir haben einen Kampf. Ja, aber ein Kampf ist sowas, was ich mit Freezing gerade mag. Das ist ein Kampf, ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal gekämpft hast. Es sind da noch sphäre Fahrmethoden wieder unterwegs. Freezing, wo bist du? Vorne ist das Ziel. Scheiße, liquid. Ich wollte den Leuten da vorne nochmal zeigen, was ein Kampf ist, ja. Du warst halt gerade neben mir. Knappe Sache. Ja. Leider auf dich gelandet. Das war meine einzige Chance, wenn ich schon über dich gesprungen habe. Du bist echt noch dran geblieben? Ich dachte, ich hab dich voll weggehauen, ey. Ey, jedes Schild geht hier in GTA kaputt. Außer damit du mich dagegen wachst, ey. Nein, Mannos, du! Nein, Mannos, du! Nein, Mannos, du! Nein, Mannos! Kundran! Dann hab ich dich nicht gesehen auf der Karte, ey. Du auch. Kundran. Ich sah plötzlich nur die Scheinwerke rechts von mir. Fick dich. Nein, Mann, das war echt mega klappen. Aber ich war vor uns, glaub ich, oder? Ich glaub, du warst vor uns. Ja, ja, ja. Also zumindest stand erst, Manos schaut jetzt zu. Ja, ja. Okay. War aber direkt nacheinander. Oh. Ich kann beenden, ich kann beenden, ich kann beenden. Oh. Alten Satz geschafft. Jaaaa! Das war grauenhaft, ey. Wer ist letzter geworden? Ich, wer ist sonst? Drei Leute sind nicht ins Ziel gekommen. Aber ich nicht. Also. Ich bin dir doch zum Schluss mal weggerammt vom vorletzten. Von mir? Nein, nein. Weiß ich nicht, hast du mich immer von der Rampe gerammt? Nee, aber ich war vorletzter. Da hab ich so schön Treezy noch rausgehauen. Du hättest, Ben, du hättest da, du echt so BÄM. Er wollte, er hat mich von ihnen angeschubst. Ich wollte, ich hab ihn die ganze Zeit gerammt. Ja, und dann hab ich einmal zurückgerammt. 4 Sekunden schneller. Und dann war er raus. Anne, du bist dran. Äh, achso, das war's schon? Ja. Das waren 6 Minuten oder so. Dann, Leute, schaut bei den anderen vorbei. Und in der nächsten Folge, bis dahin, tschau.